heute sprechen wir über eine sache die viele nicht verstehen die aber der schlüssel ist zu mehr leichtigkeit erfolg freiheit und reichtum in deinem leben interessiert dann bleibt dran und wir sehen uns gleich nach dem intro ok dann lass uns auch gleich loslegen worum geht es es geht um deinen fokus etwas was viele nicht verstehen dazu ein beispiel die sonne scheint jeden tag mit enormer energie auf die erde du kannst dich dieser enormen energie mit bloßer haut aussetzen und erleidest wenn du es denn nicht übertreibst keinerlei schaden es sei denn du treibst dich im sommer irgendwo in der sahara herum die sonnenstrahlen durch eine lupe leserartig auf einen punkt gebündelt kann dagegen einen waldbrand auslösen genau das gleiche passiert wenn ein mensch seine gesamte energie leserartig auf ein ziel fokussiert er erreicht mit diesem fokus dadurch mit leichtigkeit seine ziele und zwar auf allen ebenen im denken im fühlen und im handeln der karnegie einer der reichsten unternehmen in seiner zeit baute in ganz kurzer zeit ein riesen vermögen auf so dass die amerikanische finanzbehörde auf ihn aufmerksam wurde es wurde damals extra ein ausschuss gegründet um ihm eine steuerhinterziehung nachzuweisen doch in seinen büchern waren keine fehler und schummeleien zu entdecken der ausschuss wollte daraufhin sein geheimnis wissen wie es möglich war in so kurzer zeit ein solches vermögen legal aufzubauen der kann ich schaute sie an und fragte sie wollen das geheimnis wirklich wissen das ist ganz einfach ich bin in der lage mich auf eine einzige sache zu fokussieren ausschließlich auf eine einzige sache wer von euch schafft es mindestens fünf minuten die ausschussmitglieder mussten zugeben dass sie schon nach wenigen sekunden schwierigkeiten hatten sich ausschließlich auf eine einzige sache zu fokussieren und genau das ist der punkt alle erfolgreichen haben genau das gelernt auch wenn sie darüber gar nicht so gerne sprechen sie sind in der lage sich über längere zeit auf eine einzige sache zu fokussieren hast du interesse daran zu lernen wie du leserartigen fokus aufbaust um dann diese kraft auf deine ziele und deine projekte anzuwenden natürlich brauchst du das nicht nur für deinen beruflichen sondern auch für deinen privaten erfolg in meinem online kurs wie du erfolg zu deiner gewohnheit machst zeige ich dir wie du nicht nur dein fokus ausschließlich auf eine sache richtest sondern wie du so auch deine ziele zehnmal leichter und schneller erreichst als du es jetzt noch für möglich hältst wenn dich das interessiert dann findest du hier unter dem video doch für kurze zeit den zugang zu meinem video kurs wie du erfolg zu deiner gewohnheit machst und zwar mit einem ganz speziellen sondertragiv dieser online kurs ist das beste training was ich online jemals konzipiert habe und du bekommst darin alle gesetze und prinzipien des erfolgs und alle techniken die dir helfen deine ziele zehnmal schneller realität werden zu lassen frei ausgeliefert mit kleinen leicht verdaulichen video lektionen mit konkreten umsetzungsaufgaben wenn du noch mehr wissen möchtest dann schreibe es mir auf jeden fall in die kommentare ich gebe dir sehr schnell eine rückmeldung und ich würde mich freuen wenn du noch impulse hast oder wenn du zusätzliche idee hast dass das auch in die kommentare schreibst wenn dir das video gefallen hat dann schenke mir auf jeden fall einen daumen nach oben abonniere meinen kanal und freue dich auf weitere interessante inhalte